Wir brauchen irgendwie noch diese Punkte, um alle Upgrades zu erhalten. Und was auch noch fehlt, sind die ganzen Upgrades für die Apartments. Da gibt es ja auch ein paar. Ein paar haben wir schon gefunden, aber ich glaube, da gibt es bestimmt noch mehr. Hey, diesen Weg, ich brauche ein Auto. Den waren wir ja schon, den haben wir aber verschreckt damals. Ein riesiges Filmplakat. Kein Fan, dass die Filme ohne einen dieser Posten leben kann. Okay. Du wirst es lieben. Ich bringe es sofort hin. Neuen Stuff kaufen kann für die Apartments, die man hat. Danke, ich habe das Motorrad. Und dann machen wir jetzt noch ein paar Missionen für diesen Tan. Es gibt ja 20 insgesamt. Da fehlen ja noch ein paar. Oh Gott. Längster Willi, 30 Sekunden. Ah, ne Limon diesmal, ok, nice. Cool. Würde ich auch nehmen, 400.000! Dann können wir uns ja gleich nochmal ein paar Autos kaufen. Vielleicht ist auch das schon der letzte Auftrag, glaube ich zwar nicht, aber könnte ja sein. Weil das ne Limon ist, die richtig viel Kohle bringt. Ja, Moin, 400.000! Was nicht? Nieder sind wir hier. Was habt ihr für mich? Luxury cars are hot. My spottos haben 1,0. I'll text the details. Besucht me in South-Central and couldn't tear. Teere, tear. Teere. Ich glaube, das Auto ist ein bisschen schneller. Ja, doch. Ach, komm schon. Geot. 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 Ich glaube, es ist aber sehr laut. Junge, Junge. Junge, Junge. Junge, Junge. Hallo, ich brauche kurz dein Auto. Kriegst du es nie mehr zurück? Als ob das Auto 500.000 wert ist. Da geht man ja wirklich zum Millionär. Junge, Junge. Schon wieder Regen? Oh Mann. Panzer und zwar in East Central. East Central sollte eigentlich gleich hier in der Gegend sein. Ja, ganz neu. Ja, ganz neu. Ja, ganz neu. Ja, ganz neu. Der bringt auch nochmal 200.000. Nice. Das ist wirklich Money-Business. Was hat der hier eigentlich noch für Autos oder haben wir schon alles gekauft? Deswegen haben wir alles. Ja, ne, gerade nicht. Danke. Okay. Ich werde versuchen nach einem Blast. Versuch mal an der Mega Mall dein Glück. Okay, die sind bei uns noch nicht. Die sind hier noch nie gefahren. Wegen sie sich schlafen, ist das andere Missionsziel. 1.500 Meter. Wieder eine grössere Fahrt von uns. Waren wir bei dir schon mal? Ich glaube nicht. Komm wieder. Komm wieder. Komm wieder. Sie sehen alle zusammen, oder? Danke. Komm wieder. Excellent. Das ist perfekt für dich. 1,7 Millionen, Junge. Komm wieder. So hässliche Schuhe würde ich niemals kaufen. Ist es? Thanks. Komm wieder. Thanks. Komm wieder. Want some clothes? Auch die Sonnenbrillen gehen gar nicht. Let me ring that up for you. Kann mich nicht wieder ausziehen. Ja, das war ein grosser Einkauf. Gibt es sonst noch einen Anzugs-Store? Eine Boutique. Eine Boutique. Noch eine Boutique. Wir können uns das ja auch mal anschauen. Was so alle Shops anbieten. Ich habe ja eh genug Money. Man soll sich ja alles kaufen dieses Mal. So heisst es in dem Achievement. Und da wir hier eben ziemlich auf dem guten Weg sind. Fast zu 100%. Möchte ich das ja auch etwas besuchen eigentlich. Und wo ist denn der Laden? Hier. Okay. Interessantes T-Shirt. Ein Hemd geht auch immer. Oh dann eine Lederjacke. Schon bessere Sonnenbrillen. Ich bin auch so gemeldet. Ich bin wirklich gemeldet, dass du irgendwas gefunden hast. Ich bin so gemeldet, dass du irgendwas gefunden hast. Ich bin wirklich gemeldet, dass du etwas gefunden hast. Ich bin wirklich gemeldet, dass du etwas gefunden hast. Wir sind glücklich, dass du dich servir hast. Okay, dann haben wir auch den Laden leer gekauft. dann gibt es da noch zwei und da noch bei dem waren wir nicht ich frage mich ob jeder laden wirklich was anderes verkauft also sprich ob man wirklich jeden laden aufsuchen muss mindestens einmal ich hoffe ja ehrlich gesagt nicht aber ich kann das ja auch irgendwie nicht herausfinden okay hässliche jacke cooles t-shirt jeanshosen gehen auch immer naja schuhe hässlich sonnen gehen gar nicht eine kette und eine sportuhr ich habe alles danke dann gibt es hier noch eine boutique schon das lied im hintergrund okay das sieht hier wieder teuer aus ehrlich gesagt ja das ist teuer ja cash ist immer gut will you be paying cash elite elite los Sollte ich es nicht mehr verletzen. Sollte ich es nicht mehr verletzen? Sollte ich nicht mehr verletzen? Junge, das ist teuer. Aber Central ist halt auch eine teure Umgebung hier. Kann doch sicherlich hier abkürzen. Sehr viele Leute hier. Wirklich sehr viele Leute. Sicherlich ist das ein Racetrack. War ich hier nicht schon? Okay, nee, wir waren hier noch nicht. Thanks. Come again. Come again. Retro-moderner Schick. Schick. Von Aschettel. Let me ring that up for you. Thanks. Come again. Let me ring that up for you. These are the latest. Perfect for you. Come again. Let me ring that up for you. Come again. Alter, wie viele Kleidungen es hier gibt. So sehen die genau gleich aus. Hm. Thanks. Come again. They are kind of look alike, right? Thanks. Come again. Can I interest you in something? I like it. Noch Diesel laden, dann geht's weiter. Sorry, Leute. Muss es eigentlich mal sein, dass wir die alle Läden abklappen. Und schauen, was es so für Kleidung gibt, habe ich eigentlich mittlerweile viel zu spät gemacht. Hätte ich einfach mal zwischendurch einkaufen können. Hier waren wir offensichtlich schon mal. Are you sure, I can't tempt you? Ich habe ja schon alles. Love is love. Adi, go. Ich habe ja schon mal zwischendurch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020